und Stachel m um um Moment mal, ich muss irgendwas hier wieder rausschmeißen, das kann doch nicht sein so so naja, egal, ich hab scheinbar dann zur Zeit keine das ist unpraktisch ja, das ist sehr unpraktisch, weil ich gerade vor allen Dingen so ein paar von den Mistviechern gemoscht habe, aber das hat mir dann wohl nichts gebracht so, jetzt rein ins Verderben ja, ne so so jetzt mal das Sparschwein aufstellen und dann ein paar Sachen die Glockenblume können auch rein die Bomben können auch rein Sparschwein so kiste voll hat, die man vollpacken kann so 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 das so 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 Du machst mich nicht kaputt, verkackte Bier. Mir fehlt noch einer und ist ein Stachel. Das war echt cool, wie viel Goldnatur man hier findet im Dschungel. Ja, umachtlich. Wer kloppt denn da an unserer Tür? Das wird für die liebe Zombie sein. Boah, wie bist du da drauf gekommen? Ich bin einfach Hellseher von Beruf. Zwei Goldne Truhe direkt nebeneinander. Jawohl. Da war nichts Besonderes drin, leider. So, es ist ein bisschen komisch, dass man das Schwein nur auf solche Platten abstellen kann, aber ich meine, mir soll es recht sein. Und raus mit den Haken, rein den Haken. Na, du bist mal aus so einem Hermes. Ich weiß. Also kannst jetzt hier rumklacken und so. Noch nicht, weil ich noch nicht im PC gefunden habe. Weil mit dem kann ich das nicht mit einem anderen kombinieren und dann geht das richtig ab. So. 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 Schnell stapeln. Und mitnehmen. So. Habe ich denn jetzt? Ich habe immer noch nur 14, das heißt, ich brauche noch einen. Ja. Ich habe schon wieder irgendwie so ein Viech getötet, aber kam wieder nichts da rum. Egal. Ja. Grütze ist das. Dort ist noch so viel. Boah, das ist eine Stachel, jawoll. Ich muss mir gerade erstmal den Weg frei kämpfen von den ganzen Menschen nicht. Ich habe gerade gegen stimmt sechs Stück auf einmal gekämpft und alles hat sich platt gemacht, bis auf eins. jetzt habe ich noch platt gemacht jetzt haben sie mich platt gemacht und es war wunder, eine Monisse aber ich wollte nur die Hälfte kürzlich konnte meinen Annoti-Ti-Tum-Tum was es auch immer war das Gegendrift konnte ich finden dann komm mal her ja warte ich ich versuche gerade noch irgendwie ein bisschen was zu erreichen bei dem auch nicht nur nötig a Aua 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 meine Tage sind meine Sekunden sind gezählt ja das passt und trifft sich sehr gut weil ich jetzt nicht immer kurz nach Hause muss das heißt du musst gleich wenn jetzt immer das Transparenz muss einmal gleich in Stein dann auch wieder ein tun jetzt sind ja ich bin da sie dein sitzt gut Dein ist drin. Dann mache ich dir nochmal eben so ein Grasschwert. Immerhin ein scharfes Grasschwert. Mit 3% kritischer Trefferchance. Immerhin. So, zack. Und zack. Dann gehen wir unsere Blumenkiste und rein. Da noch mal so ein. Hier noch ein paar Pfeile rein. Der OBS-NPC, jawohl. Okay, dann zwack ich mir jetzt mal. Aber erst mal kommt das natürlich alles mit. Oh, da ist eine Sternschnuppe. Geil. Ja, 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 ja. So. Dieses. Nicht zu vergessen. Das sind. Dödel. 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 Und weiter. Hm? So. Jetzt müll ich mein Inventar gerade wie mit Drecksblöcken zu und Steinblöcken und keine Ahnung was für Blöcken. Oh, das ist immer praktisch. Ja, solange es Spaß macht. Ja, solange es Spaß macht. So, da nicht. Alles drin. Gut, hier noch rein. Da noch. Jetzt gehe ich endlich mein wohlverdientes Gedöns kaufen. Sag ich mal so. Gedöns. Alter, das ist so eine übelste Glatze. Fahrt ist ja, okay. Oh, bei dem kann man noch nachschmieden, genau. Ähm, Tüftler-Werkstatt. Kommt dazu hinzu, genau. Und die. So, die Tüftler-Werkstatt, die bauen wir direkt schon mal oben auf. So, da kann ich die Gleitstiefel jetzt machen. Gleitstiefel, okay. Kann man sich darunter vorstellen? Hintzisch. Ach, komm. Okay, den brauch ich. Und den brauch ich. Den brauch ich. Das. Und das. Diese komische Hand. Na gut. Äh, weiß nicht wirklich. Na, warte mal. Das Schwert wollte ich auch kurz nachschmieden. Nachschmieden. Drei Gold würde das kosten. Nee, das wird zum Teil noch. Fucha, 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 fucha. Äh, so. Äh, so. Das hat das sehr usefull ist gemacht. Und soll ich dir auch so ein paar Raketenstiefel holen? Raketenstiefel mit der Karte fliegen. Kurze Distanz hält. Keine Ahnung, ja. Oh, okay. Betriebstiefel. Wer braucht es manchmal? Nicht das mal. Und dann. lässt fliegt ich habe wohl wo ich heute ist oder haben wir heute eigentlich geschafft hier mal sagen Chapeau Chapeau Joachim und wo worden der Monik in dem Platz weil die Axt ja hallo und umbildet Arne ist schönes Geräuschen vom z zu schießt auch schön aber vielleicht ein Sparschwein Hartzahm Naja Bommo auch keiner die Domino Domino Pfeile Domino Prozent so habe ich in den Tausendschuss Hä, was ist das denn für ein Viech? Armei, Löwe Lustig, ne? Die sind putzig irgendwie mir gefallen so Wo, 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 das war der Haken so dann kommt das wieder da das war schon mal dabei so, verkaufen wir das noch eben 2 aus nostalgischen Gründen aus nostalgischen Gründen nostalgisch, nicht talgisch ja, ich hab dich schon verstanden nur talgisch verstanden, das klang etwas komisch so aus talgischen Gründen aus dem natürlich auch fast 28 Gold wieder obwohl wir schon 20 Gold verbraucht haben nur für diese gedünst okay boah, ich liebe mein Schwert ich kann jetzt einen Doppelsprung machen und danach noch fliegen ist das nicht cool und rennen und furzen das meine ich ja mit dem Doppelsprung ja boah, aber jetzt würde ich mal sagen äh würde ich mal sagen, machen wir mal Schluss oh, 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 oh ja äh, ja schön, dass ihr zugeschaut habt wenn ihr nicht zugeschaut habt, dann seht ihr das ja nicht äh, das schönes zugeschaut habt das macht's ja nicht ja, ähm das übliche halt, ne bis zur nächsten Aufnahme und tschüss